Hallo, mein Name ist Klaus Deschmann, ich bin professioneller Clubfitter in der Golf Range Wechert und ich möchte Sie ganz herzlich zu einem Backjack zu mir einladen. Wie lange spielst du jetzt schon circa? Ich spiel jetzt im sechsten Jahr. Ein Backjack ist eine Fittingstunde bei mir, in der ich mich darum kümmere, ob ihre Schläge, die sie bereits haben, perfekt zu ihnen passen. Ein Backjack ist grundsätzlich geeignet für alle halbwegs routinierten Spieler. Also man muss sicher kein Weltmeister sein, um sowas über sich ergehen zu lassen, aber es macht schon Sinn, wenn man schon mehrere Runden in den Beinen hat. Kann per Radar Sensor erfasst ihr den Pall erst ab dem Zeitpunkt, wo er wegfliegt? Typischerweise, wenn du im Impact bist, ist deine linke Schulter ein bisschen höher oben und dadurch geht das Ende von deinem Griff ein bisschen weiter rauf. Und dann sitzt der Schläger ein bisschen auf der Spitze auf. Leitentreffer, den schlechten, dann laschen wir raus. Die anderen drei behalten wir uns. Da haben wir jetzt schon einmal eine ganz gute Übersicht. Der Ablauf ist im Normalfall so, dass ich mir da eine Stunde Zeit nehmen kann und dass wir alle vorhandenen Schläger durchprobieren und feststellen, ob die untereinander gut zueinander passen, beziehungsweise welche Schläger nicht wirklich das leisten, was sie leisten sollen. Und dann habe ich das für ein paar Weibungen jetzt live verstanden. Das ist ein Problem.